Ich hab die Frau erschossen, wollte ich nicht. Die sind ganz blöd, die sind mir also wirklich ungeschickt reingelaufen. Da ist mir grad der Arm abgefallen. Oh Kinders. Willkommen zurück zu Speck Ops The Line. Hört mal. Warum lasst du nur so blöd, Mann? Das ist grausam, was so unabgeht, glaube ich. Was? Laberst du mich schon wieder an? Okay. Wo ist denn der Kreppler? Bam, bitch. Get out of the way. Wo? Du. Ein Lied. Time to say go. Und war. Nein. Das war halt jetzt aber nicht geplant. Alla. Die Maus ist ultra schnell. Ich kann sie nicht langsam stellen. Mit meiner Maus TP noch mal auf den niedrigsten Wert gestellt. Und das war's. Guck ich es an. Ultra viel zu fast, denke ich. Fällt mir gerade durch. Aber solange ich nicht irgendwie präzise schießen muss, was ich ja irgendwie mache. Solange ist alles gut. Wow, warum habe ich nicht zu pumpen dann? Oh, warum habe ich hier alles getroffen? Muck nur. Ach ja, mit E, ne? E nimmt man ja die Waffe. Weil ich keine Munition habe. Okay, alles klar. Die M4 ist leer oder was habe ich da am Start? Na klar, na klar. Oh, heilerleute. Was kommt die? Fuck, ich kann euch nicht helfen, Leute. Ich muss kurz weggehen. Ich muss kurz weggehen. Oh shit, man. Shit, wie sie mich bombardieren mit den Granaten. Okay, kein Problem. Never problem. Schmeißt du jetzt mal Granaten? Was ist denn hier los? Ähm, was machen die nochmal? Ich hatte er gedrückt, halt. Das ist halt nett, ne? Wahrscheinlich die Kuh. Ah, jo, die Kuh ist es. So, ja, Peser ist ja. Das Mädchen ist. Ja, wow, die hat er wirklich grandios geworfen. Mates, macht ihr das mal? Ich muss kurz hier Waffen aufheben. Oh, geil. Oh, geil. Werfe Blender. Ich bin auch so ein Blender, wäsch. Leute, ah ja. So, da wächst man die Waffen genau. Nicht auf Kuh. Ah, hier ist es ja auch noch. Hier war auch Munition gelegt, alles klar. Ja, ich mach das so. Guck mal, geh mal einfach mal ran bei denen. Ich glaube, es ist da hinten. Ah ja. Ich denke an, ich spiele auf Hardcore. Das ist doch halt. Ach, jetzt ist er schon tot. Ja, super. Ich hab auf dem Tod eine Granate geschmissen. Das gibt es halt auch. So, jetzt ruhe. Mit dir auch. Nice. So, da hinten. Zip. Okay. Im Moment läuft es bei mir, ne? Ich stelle die ganze Munition auf hin. Hanni Moor, am hier nicht hin. Aber da war die ganze Zeit ne... Ne exklusive Kiste gestanden. Ach, Leute. So, Feind am Boden. Kinder. Nein, 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 nein. Alter, ihr seid doch wahnsinnig, oder? Da. Bridget! Bam! Wow, hab ich getroffen? Einfach muss die linke Maustaste gehämmert. Ich bin da drüben. Ach ja, Leute. Mach mal seht ihr dann down, bitte. Hopp. Na gut. So, schwebt. Zack, den da. Alles klar. Oh. Wir müssen mal eben heilen, hier den Kollegen. No problem for me. Snitch. Genug ausgeruht. Er ist jetzt zuck. Guck mal die... Alter, alter, alter. Ey, die da hinten sind ja echt hart unterwegs hier da unten. Die... Wo sind sie? Jetzt sind sie tot. Alles klar. Mal fragen. So, mal hier, Munition für alle. Sehr, sehr schön. Ich kann alle raus, Mensch. Nein. So. Bam. Easy concentration. Oh, er ist down. Und du? Geht doch mal vor. Jetzt, Mensch. Immer nur ansagt, dass man vorrückt, aber nicht vorrückt. Ist echt schwach, Leute. Oh, noch mehr. Ja. Oh. Oh, wow. Habe ich ja echt edel gemacht, die Granate, oder? Habe ich hier nicht edelmutig geworfen? Hat der sogar der Arm abgefallen? Oh, nein. Komm mal. Hup. Alter, wie schön die geflasht sind. Geil. Oh. Mache ich. Mache ich gleich, Kinder. Bleib ja kurz. Ah, ich bin wirklich der größte Held mit der scheiß Granate hier. Wow. Und du auch. So. Easy, Mann. Jetzt ist es so ein bisschen unterstützend, finde ich. Jetzt wirkt es langsam. Es zieht langsam rein, ne? Es zieht langsam ordentlich rein. Aber das seid ihr schon hier. Gut, gut, gut. Alter, er regt sich direkt auf, weil ich ihn ein bisschen anschliess. Finde ich schon übertrieben, irgendwie direkt so. Oh. Nach unten, oder was? Kommen wir sie da von unten? Ajo, ajo, ajo. Du. Nein. Ganz hinterhältig von der Seite unten. Ja, das machen ja wirklich nur... Verlierer. Das Spiel ist schon schwer. Muss man wirklich, muss ich wirklich sagen. Was ist der Nächste, ja? Bam! Boah, der Kopf ist einfach irgendwie abgefallen. Ganz unangenehm. Wollte ich jetzt aber so nicht. Zack. Stimbleiben. Oh. Warte mal, warte mal. Ach, komm. So. Oh. Ja, super. Die ist ja weggedopst. Jetzt kann ich aber noch welche aufheben, ne? Ja. Die Mogel ist fett. Yo, ich schau dir auf. Von oben runter zu fighten ist natürlich immer edel. Man fühlt sich so überlegen. Wenn man das Terrain auf seiner Seite hat. Das Terrain. Stehenbleiben. Nein, 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 nein. Ich bin schon wieder verreckt, Alter. Gell? Hat schon wieder sterben. Das machen wir, das ist ja gerade mal nett heute, hä? Hipp. Vorsicht, deshalb geht er und warte davon. Ah. Los, weiter. Wer uns aus deiner Schusslinie. Los, Kreiter. Bam, bam, mal. Ich bin so gut die ganze Zeit. Oh, es ist echt ab, normal. Geht weg, du. Wow, 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 wow. Jetzt ist es zu krass. Vielleicht bewege ich mich noch eine Runde. Aber ich will noch kurz ein paar kaputt machen. Erst mal, ping da. Immer wenn ich an, ey, wenn ich verziehe, weil mich jemand anschließt. Ich schätze keine Munde mehr. Ich muss ran. Wow, die haben sich ja wieder super geschmissen. Ich bin der Granatenkönig. Ich bin der Bananenkönig. Da, da, da. So, flashs noch. Und jetzt, bisschen, oh. Können wir mal die Mucke ausmachen? Langsam wird man das zu bunt, um mit der Musik. Okay, da ist ein MG, ich versuche es jetzt zu umrennen. Wow. Hallo. Äh, könnt ihr nicht schießen? Ja. Ha! Ich kann so krass von hinten, Alter. Was? Was ist denn hier, Frau Lehm? Still noch was, mal kurz. Ich hab die Frau erschossen, wollte ich nicht. Diese ganz böse, sind wir also wirklich ungeschickt reingelaufen. Oder da kann ich, also war gar nichts. Ja, ich bin da schon da. Ich bin da. Vati kommt das schon von hinten, macht zu fettig. Mit der Pern. Boom, bitch. Get away from the Tour. Habt ihr nixer. 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 Geil. Betriebe und zueinander welche. Da oben sind noch mehr. Ach du Scheiße. Und unten auch. Okay, was haben wir jetzt hier? Da ist noch einer. Da will einer runter, aber nicht in mir. Der kann runterfallen, genau. Ach, hier ist doch ein MG. Exekutieren? Der ist ja schon tot, ne? Schade. So, wir können mal anders... Hier. Bapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Habe ich doch gemacht. Und jetzt? Warum passiert denn hier nichts? Hallo. Was? Oh. Hey, Leute, werden wir jetzt hier auch gleich verschüttet? Nee, ne? Naja. Es ist halt wieder Präzisionsarbeit, ne? God, it's staying as B. Waren das alle? Ich denke, das war's. Und die Zivilisten? Haben die Soldaten sie mitgenommen? Ja, haben sie. Da braucht man keinen Dolmetscher mehr. Was sagen sie jetzt? Die wollen, dass wir abhauen. Sieht scheiß aus gerade. Was ist hier los? Ich schulden, verschwinden und die Leute trauern lassen. Ja, das ist ja auch das Mindeste. Kommt. Ach, die Demügel da. Die verrotteten Palmen. Alles okay, Walker? Du bist so ruhig. Ich denke nach, was wir jetzt machen. Willst du uns deine Gedanken mitteilen? Tja, nach Lage der Dinge glaube ich, es gab Kämpfe innerhalb der 33. Na ja, und die Sieger? Beschlossen zu bleiben und Dubai zu übernehmen. Klingt nach Chaos. Ist es auch. Die CIA war wer weiß wie lang hier, um aufzuräumen. Lang genug, um zu wissen, was in dieser Stadt vorgeht. Auch was mit Conrad los ist? Genau. Wenn wir die CIA kontaktieren können, finden wir auch Conrad. Oh mein Gott. Was ist? Ich krieg hier was rein. Das müsst ihr euch anhören. Lass mal hören. Ihr Name, der ihrer Einheit. Agent Daniel CIA. Das hört sich aber echt nicht gut an. Dieser CIA-Mensch hatte wohl gerade Probleme. Die werden lösen. Jetzt wissen wir, dass ein Agent noch lebt. Sogar mehr als einer. Wenn die 33. den Scheiß sendet, hat das einen Grund. Du denkst ein Köder? Wir beißen an. Also ich find, eben in der Zwischensequenz sah es echt scheiße aus. Guck mal, guck mal jetzt so die Haare, alles gestochen scharf. Es sah im Spiel, das Spiel an sich sieht jetzt gerade besser aus, wie die Zwischensequenzen. Das ist doch mal was ganz Neues, oder? Echt merkwürdig, ja. Ich frag mich, was da unten ist, aber wisst ihr, man sieht ja schon, was da unten ist. Ich wollte gerade sagen, aber wisst ihr, wir machen jetzt hier voll einen spannenden Schnitt, aber gehen wir halt nochmal ohne jetzt. Eins hat ein Monster, wir haben auch einen Schlitt. Ne, Quatsch. Aber trotzdem müssen wir hier einen Küt machen, sonst dauert es zu lang. Kinderlein. Wir gehen mal nicht ins Helle. Wir bleiben hier. Schießen vielleicht einen Maid an. Den anderen auch. Einfach so, damit die Rollenverteilung, es ist klar, wer hier an der Macht ist. Der Schild bleibt mir noch übrig zu sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wieder ein bisschen Speck-Obs zu sehen. Und demnächst geht's weiter mit der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.